Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute am Valentinstag natürlich alles im Zeichen der Liebe und der Freundschaft und des Glücks. Da haben wir ganz viele tolle Berichte, die brauche ich gar nicht einzeln ansagen, aber wir haben trotzdem noch ein paar schöne Bilder vom Strand mit Sonne und allem, was dazugehört. Und jetzt lasst euch überraschen und viel Spaß. Und zu einer richtig schönen, emotionalen, herzlichen, liebes Valentinstagssendung gehört natürlich ein Antrag von Bord. Bitteschön. Komm gerne hier an der Seite lang. Ja, mit neuer Frisur. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ui, ja, das sieht gut aus. Ui, ui, ui. Aber schön, das sieht echt gut aus. Wir gucken mal in die Kamera, dass wir das mal auf der... Ja, ist krass schon, ne? Du bist ja sowieso schon hübsch. Was soll man noch hübscher machen? Andreas, wie gefällt's dir? Er sagt ja, gefällt ihm gut. Ja, super. Andreas, komm doch mal direkt hierher. Weil wir haben uns gedacht, ja, wir stellen uns mal hier in die Mitte. Und wir haben uns gedacht, dass, jetzt bist du so schön zurecht gemacht und so. Wir nutzen die Chance. Und das war auch die Idee von Andreas. Und deswegen lasse ich ihn einfach mal reden. Und ich bleib aber dabei, weil ich muss das Mikrofon halten. Komm gerne näher. Und das ist euer Moment. Aber ich bin immer noch da. Los geht's, Andreas. Ja, mein lieber Schatz, nachdem ich ja zwölf Jahre Soldat war und keine einfache Zeit hatte und das Schicksal uns zusammengebracht hat, bin ich einfach so unendlich glücklich, dass ich dir begegnet bin. Du hast mir den Sinn des Lebens ganz neu zurückgegeben und ich will dir einfach nur auf diesem Wege sagen, dass ich über alles liebe und mit dir zusammen ein Leben verbringen möchte. Deswegen frage ich dich hier und heute, ob du meine Frau werden willst. Und nach so viel Rührung und nach so vielen Tränen, die wir alle in den Augen haben, treibe ich euch jetzt richtig die Tränen in die Augen, indem wir an den Strand gehen. Es ist so schön und wir haben so Sehnsucht. Endlich wieder Sonne, Meer und Urlaub. Untertitelung des ZDF, 2020 Hi, my name is Neil. I'm a crewman for Tiami-Kataran Cruises here in Barbados. And right now we are in St. Michael, heading to the west coast of the island, to St. James. We are going to swim with some turtles, some greenbacked turtles, after that we are going to do a reef stop where we are going to see some fish and the reef and whatever else is under the water, but whatever is under there, we are going to see when we get there. Das war beeindruckend. Für mich bis jetzt die schönste Insel. Ringsrum alle strahlen Butter, blau, herrlich Sonne. Es war sehr, sehr schön. Es war ein ganz, ganz traumhafter Ausflug. Vor allem das Schnorcheln war schön, mit den Schildkröten, sowas erlebten wir nur einmal. Also wirklich Hochachtung und wirklich vielen, vielen Dank an die ganze Artikel. Und dann geht's gleich wieder zur Aida. Und dann geht's zur nächsten Insel. Wir machen hier an Bord im Rahmen der Prime Time immer alle möglichen Spielshows oder Elemente von Spielshows nach. Unter anderem auch das Herzblatt. Und natürlich habe ich da auch was für euch mitgebracht. Guck mal. Oh, das sehen Sie nicht gut aus. Ist das schön. So, Dranis, haben wir für die Fragen schöne Musik irgendwie so? So. So. Geht los? Caro, the stage is yours. Kandidat 1. Wenn ich traurig bin, wie bringst du mich zum Lachen? Ich denke, ich würde meine Gitarre nehmen und dir ein paar Lieder vorspielen. Natürlich gute Laune, Dina. Bis dann zum Schluss das letzte Lied kommt, bei dem du dann aktiv werden musst, Herzblatt. Und zwar, wenn du einmal traurig bist, dann trinken wir einen Korn. Und wenn du dann auch traurig bist, dann trinken wir noch einen Korn. Kandidat Nummer 3. Ein kleiner Rückblick. Was war dein peinlichster Anmachspruch? Wenn dein linkes Bein Weihnachten wäre und dein rechtes Bein Silvester, würde ich zwischen den Feiertagen gerne mal vorbeischauen. Liebe Eltern, viel Spaß bei der Erklärung. Kandidat Nummer 2. Was wünschst du dir nach einem Essen mit mir zum Nachtisch? Sagen wir es mal so. Es hat mit ganz viel Sahne zu tun. Ganz vielen Erdbeeren. Ein bisschen Zimt. Und Wodka zum... ...spülen. ...gefügig machen. Kandidat Nummer 3. Mit welchem Tier würdest du Kandidat Nummer 1 vergleichen? Also ich glaube, er denkt, er ist ein toller Hecht. Aber wenn ich mir so angucke, eher Richtung Eintagsflieger, aber ist egal. Das beste Pferd im Stall bin eh ich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kandidat 2. Ich habe von meiner Urgroßmutter bestickte rosa Feinrippunterwäsche mit Elefanten drauf geerbt. Kandidat 2. Was hat Kandidat 3 von seinen Vorfahren geerbt? Da sein Großvater Pinocchio hieß, definitiv die Nase. Von seiner Oma den Bart. Aber du weißt ja, an der Nase des Mannes, ne? Absolut. Jetzt kommt der Moment, auf den ich mich den ganzen Tag seitdem ich mit morgen aufgestanden bin, so um zwölf, schon freue. Und zwar die Zusammenfassung. Haben wir für die Zusammenfassung auch was Schönes? So, liebe Caro, nun musst du dich entscheiden. Möchtest du Kandidat 1, der quasi sein ganzes Leben lang zu all seinen Gelegenheiten immer Gitarre spielt oder in Korn säuft? Oder möchtest du Kandidat 2, der mit dir nach der Massage ins Steakhaus gehen würde, der Sahne braucht ganz viel Erdbeeren und mit Zimt? Oder möchtest du Kandidat 3, der gern die Feiertage und das danach mit dir genießen möchte, der das beste Pferd im Stall ist und Pinocchio sein bester Freund ist? Unsere drei Single-Männer! Also ich brauche, um gefügig zu werden, keinen Alkohol, deswegen würde ich Kandidat 2 schon mal rausschmeißen. Dann sagen wir Dankeschön an Executive Restaurant Manager Andreas! Wer soll es auch nicht sein? Ich glaube, das mit der Gitarre ist mir doch eine Nummer zu romantisch. Ich bin so gar nicht romantisch. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, für Kandidat 3 entscheiden, allein schon, weil er einen Bart hat. Dann sagen wir Dankeschön, Kandidat 1, unser Gastgeber William! Hi! Jetzt kommt der Moment. Liebe Caro, hier ist dein Date! Unser Music-Event-Manager Max! Herzlichen Glückwunsch! So, einige von euch werden sich erinnern, in der letzten Woche hatten wir ja ein Pärchen, das sich gemeldet hat, das mit einem anderen Pärchen zusammen an Bord war und die haben sich gut verstanden. Sie haben leider vergessen, bevor sie abgestiegen sind, Adressen auszutauschen. Und dann haben sie uns einen Brief geschickt mit der Beschreibung und haben uns hier einen zweiten Briefumschlag mit einem Brief an dieses Pärchen geschickt, aber keine Adresse drauf, weil sie wussten ja nicht, wo die wohnen. Und wir haben es gesucht und wir haben es gefunden tatsächlich. Und jetzt rufen wir mal die Familie Flieger an, mal gucken, wie es denen geht und dann sagen wir denen, dass wir erfolgreich waren. Letzte Woche hatten wir ja im Magazin das Foto gezeigt und haben unsere Community, die ja im Moment gerade tatsächlich leider nicht fährt und deswegen gucken auch immer nicht so viele Leute zu und haben gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Und man glaubt es kaum. Nein! Ja, sie haben sich gemeldet. Nein! Ja, hier ist der Umschlag. Ich werde jetzt gleich den Umschlag beschriften und dann werden Sie wahrscheinlich ganz zügig Antwort bekommen. Ist ja irre, cool. Und das Ganze haben wir praktisch zur Valentinstagsendung hinbekommen. Mehr geht eigentlich nicht, oder? Ja, richtig. Ja, 200 Punkte. Wussten Sie noch, wie Sie heißen? Wir waren uns nicht sicher und wir wollten noch keine falschen Namen nennen. Ja. Und meine Frau war immer so der Meinung, der Mann. Der Mann Uwe heißt mit Vornamen, aber ich weiß es nicht mehr, also keine Ahnung. Man kennt das ja und viele Gäste erzählen das ja auch, dass sie dann so im Urlaubsrausch sind und so viel Spaß zusammen haben und tatsächlich, wenn dann jemand früher absteigt, dass man dann sozusagen den Kontakt, weil er so selbstverständlich ist und jeden Tag da war, dass man plötzlich gar nicht merkt, dass man vergessen hat, die Adressen auszutauschen. War das bei Ihnen auch so? Haben Sie viele Sachen zusammen gemacht mit dem Pärchen? Wir sind Urlauber, wir machen nicht so große Kontakte. Wir sind heute Abend da, kommt mal da hin, sondern wenn man sich so mal trifft, ist es sehr nett und es war so entspannt und nett mit den Leuten. Ja. Ja und es ist uns so eine Erinnerung geblieben, die waren so sehr linkswürdig und deshalb, das hat uns so fasziniert von den beiden irgendwo. Ich bin so ein bisschen ein lustiger Vogel, wir haben uns ja mal hinter der Tür versteckt, wenn sie vom Essen kamen, haben wir uns so ein bisschen überrascht oder wir haben dann gesagt, dann nehmen wir mal einen Drink nehmen und wir haben ja auch ein paar Fotos und ein paar Videoaufnahmen und immer wieder, wenn wir uns die angeschaut haben, haben wir gesagt, schade, dass wir doch keinen Kontakt zu denen haben. Geht euch das auch so, wenn ihr an Bord seid, dass es so ein richtiges, also ich meine, das so ein bisschen so ein Familiengefühl auch ist? Ja, auf jeden Fall. So wie ich dieses Schiff betrete, habe ich wirklich dieses Gefühl, ich bin bei einer großen Familie angekommen. Und oftmals mache ich ja den Gag, wenn ich wieder das Schiff verlassen muss und das letzte Mitglied, der Crew, sehe ich, dann möchte ich am liebsten den Koffer in der Hand drücken und muss sagen, dann gute Heimreise, ich bleibe jetzt an Bord für Sie. Und wir wollen unbedingt mit der Enkeltochter, so wie es möglich ist, fahren wir. Ja, gefühlt. Ja. Sagen Sie Ihren lieben Gruß, Sie können sich schon mal darauf freuen, es geht ja auf jeden Fall wieder los und wir hoffen alle sehr, sehr bald. Super. Alles klar. Dann danke ich euch herzlich, hier ist der Brief, der wird jetzt gleich mit einer sauberen Handschrift beschriftet und dann freuen wir uns zu hören. Vielen, vielen Dank. Auf alle Fälle, wir haben zu Dank. Auf Wiedersehen. Genau, auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Ciao. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der wunderbarsten Musik und diesmal vor allen Dingen mit Bildern von euch. Wir hatten euch ja vor zwei Wochen gefragt, Bilder zu schicken, mit wem ihr gerne den Valentinstag bei uns an Bord verbringen wollt. Und genau die Bilder sind da drin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und nicht vergessen, beim Küssen darf man die Maske abnehmen. Du schläfst neben mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten, sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir am Morgen erwachen. Hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben, wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass jemand wie ich sowas Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, es tut so gut, wie du mich liebst, vergess den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Wenn sich mein Leben überschlägt, bist du die Ruhe und die Zuflucht, weil alles, was du mir gibst, einfach so unendlich gut tut. Wenn ich rastlos bin, bist du die Reise ohne Ende. Deshalb lege ich meine kleine, große Welt, in deine schützenden Hände. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, es tut so gut, wie du mich liebst, vergess den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Ich sag's euch viel zu selten, es ist schön, dass es euch gibt.